Grüß Gott und herzlich Willkommen, Hans Maurer, Remax Spirit, heute mit einer Drei-Zimmer-Wohnung, die sie verzaubern wird. Diese wunderschöne Chill-Out-Area mit anschließendem Pool, der natürlich beheizbar und abdeckbar ist, wird sie verzaubern. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn Sie diese wunderschöne Wohnung mit über 80 Quadratmeter Außenanlage gerne besichtigen wollen, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht. Hans Maurer, Ihr Wohntraumverwirklicher Untertitelung des ZDF, 2020